So, jetzt sind wir wieder in der nächsten Folge und, ja, ich muss jetzt hier weitermachen. So, ja, ich weiß, diese Dinger muss ich sammeln, weil... Oh, ja, hier will ich jetzt die ganzen Münzen sammeln, weil das in der letzten Folge ja nicht so ganz funktioniert hat. So. Oh, nee, Quatsch, ich muss ja hier hoch. So, erstmal das hier werden dann. Nein, ist das fallen. Das wollte ich jetzt nicht. Nein. Warum hat er jetzt schon wieder den Tarnumhang? Meine Güte. Gehst du mal runter da. Danke. Der zeigt mir jetzt da. So, genau das. Wollte ich jetzt machen und dann kann man da nämlich hochklettern. So, nein, ich wollte... Oh, ich auf meinen anderen Tasten, ne? So, wunderbar. Das wollte ich haben. So, das können wir noch. Da finde ich auch Kohle, warum? Oder auch nicht, doch. Oh, doch. So. Einmal das. Oh, da waren auch noch welche. Die gehen nicht. Ja, gut, dann nehmen wir jetzt das hier mit. Und dann bringen wir das an seinen rechtmäßigen Ort. Wirst du wohllaufen? So, J. Wieso? Habe ich jedes Mal das? Meine Güte. So, jawohl. So, nochmal das ganze Spielchen. Einmal da rüber. So. Oh, und dann... Ja, so kann man es auch machen. So, hier kann man auch noch irgendwas schießen. Das weiß ich. Okay. So. Mal verlassen. Voll. So. Ein paar Münze mehr. Da war. Dann nehmen wir uns noch den hier mit. Und dann... Jetzt. Ja. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns den Filz nicht verwischen lassen. Gehst du mal weg? Das will ich auch noch haben. So. Warum hat das nicht funktioniert? Ja. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ach, der Schlüssel ist hier für was ganz anderes. Das war ja für was ganz anderes. Genau, hier für war das ja. So, dann geht nämlich die Tür auf. Genau, und jetzt machen wir erstmal noch das. Nein, nee, bitte. Kein Hufflepuff, yay. Und ich bin ja auch Hufflepuff. Was kostet der Schreck? Da habe ich auch keinen Bock auf diese Katze, ey. Und der Filzster, wenn der einen erwischt, dann ist das nicht auch besonders trickelnd. Man auch anscheinend. Wackelt. Jetzt müssen wir hier irgendwo, war ja auch noch ein bisschen was. Das kann man hier auch noch. Mein Gott, wie lange will der denn den noch in seinem Filzchen halten? Aber soll mir ja egal sein. Den kann er von mir aus behalten. Das andere juckt mich gar nicht. So, hier kann ich glaube ich auch noch mal den Tarnum ausziehen. Weil dann geht nämlich alles dreimal schneller. So. Ich brauche jetzt einmal den Garten. So, wunderbar. Aber gleich brauche ich es wollen. Mit seiner Kette. So, jetzt haben wir schon mal dies erledigt. Dann haben wir ein paar Münzen. So, dann holen wir uns jetzt erstmal die Münze. Da hinten noch die Münzen. So, wunderbar. So, jetzt brauchen wir einmal Hallo. Ich brauche einmal Ron. Wieso kriege ich Ron nicht? Wenn ich jetzt bei Apple bin. Hallo. Ich möchte gerne Ron haben. So, jetzt brauche ich einmal deine Ketze. Und dann einmal hier rein. Ich glaube, ich könnte den da lassen. Aber das war leider nichts. Also von daher. Das fehlende. So, wo geht es jetzt hin? Und mir fehlt noch diese Menge, ne? So. Eins von drei. Ja. Ansonsten mache ich das mal eben auf. Geht einfach. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier fertig bin. Hallo? Nein. Ich kann um Hahn. So. Ja, wunderbar. So. Mal die noch. Das ist zwei von drei. Okay. Wird nichts. Ja, ich habe auch am Anfang ja sehr viele Dinger verloren. So. Und Sliverin. Ja, wunderbar. So. Aber ich brauche noch Münzen. Nee, ich will noch ein paar Münzen sammeln gehen. Nee, ich will noch Münzen haben. Irgendwo gibt es doch... Ah, guck mal. Ich habe hier ein paar vergessen. Seht ihr das? Da habe ich schon mal ein paar vergessen. So. So. Mit Sicherheit irgendwas. Habe ich auch nicht. Die Hälfte habe ich mir schlecht vergessen. Ah. Ah. Da. Bevor ich nehme mich dann den Rest noch. Ah. Muss ich jetzt erstmal gucken, dass hier noch... Da waren auch noch welche. Seht ihr? So. Dann gehen wir jetzt noch mal einmal hier. Ich weiß, da schmeiß ich jetzt noch eine. Weil hier hatte ich ja eigentlich alles, ne? So. So. Auf den Dings habe ich da eigentlich keine Lust. So, Moment. So ein Stück zurück gehen. Und da jetzt auch was? Ah, Gott. ich glaube jetzt haben wir eigentlich soweit alles dadurch dass wir am anfang ein paar münzen verloren haben jetzt mal darunter da hinten noch eine versteckung wo hinter welche perfekt sind ich glaube jetzt haben wir auch definitiv alles gesammelt was man sammeln kann ja das hier verstehe ich nicht ganz aber egal immer hier rein ja dann die muss man auch noch da haben wir eine hecke und er sieht seine eltern ja dann würde ich mal sagen diese folge war recht kurz aber egal ich meine kurze folgen sind auch nicht schlecht oder kommt da gleich noch ein bisschen was man nicht machen wir noch ein paar minütchen dran und dann schauen wir mal ne ach da ist der stein ja level abgeschlossen natürlich nicht mit magischer hauswaffen ich weiß auch nie wo die ganzen waffen sind aber auch relativ egal egal ob wir haben ein bisschen gesammelt und dann finde ich nur eigentlich wollen stein habe ich gar keine doch wo wir könnten ja mal in den tropfen im kessel ja weiß dass man zum beispiel figuren da geht jetzt auch mal irgendwo in der ersten folge musste ich was ist denn das für eine dulle in der ersten folge musste ich da abend direkt hoch und jetzt kann ich da hochlaufen logik ja gut machen wir uns ein bisschen hier in der winkelgasse bequem gucken wir ein bisschen hier rum so nehmen wir noch ein bisschen mit vielleicht kriegen wir die 500 ja noch voll hoch mal da kann man rein doch da kriegen wir klamotten ne oder sperrt 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 na toll sperrt na toll da ist ja gar nichts frei hallo wo ist die logik ah run na toll dann kaufen wir jetzt mal ein bisschen eigentlich keine ahnung wofür was macht dann sind ja alles die die wir schon gesammelt haben können wir jetzt freischalten ich bin verwandlungstrank wahrscheinlich nicht übel noch mehr haben wir noch welche hallo kommt da noch was das war's mit escape kommt man glaube ich raus genau und dann einmal da kriegen wir ja auch ein bisschen halt mal dann direkt auf irgendwas frei erstmal einsammeln ermine wow kann man hier was machen nein das heißt wir könnten jetzt hier wieder da müssen wir dann einkaufen ne wenn ich das richtig verstanden hab gucken wir mal können wir die irgendwo finden hm das hört sich immer da draußen an als wenn die irgendwelche Anwendungen haben wo haben wir es denn wo haben wir es denn ich glaube das war schon fast am Anfang oder im Himmel nein die haben wir alle schon so da war's siehst du hab ich doch geahnt du kannst die freischalten ja und dann kannst du die einkaufen dann musst du ok ok sehr gut oh hallo ja jetzt können wir den Harry im Smoking ok ja die kann man glaube ich möchte man auch ein bisschen was aber hier möchte ich jetzt eigentlich nichts kaufen außer ein paar Münzen sammeln und dann machen wir noch holen wir uns noch den Harry im Smoking ich weiß zwar nicht wofür das gut sein soll aber egal und dann in eine andere Richtung schauen wir mal wo der jetzt ist ja da hab ich mir nämlich was gedacht und gut dass wir genug Kohle haben dass wir uns da was kaufen könnten so oh was das Ding kann man auch so jetzt da gibt es auch noch mal ein bisschen was bisschen getrunken und da haben wir ordentlich was runter ne meine Tasten ne so ach da ist ja diese ah jetzt wird geputzt ich muss mir mal angewöhnen welche Tasten ich hier drücken muss die auch die sind glaube ich teuer ne einen goldenen Stein ein Stein kann man so kaufen und 100.000 dann dann hab ich ein paar so 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 dass ich hier auch nach oben ging ah schaut mal da sind ja die ganzen Dinger genau das war was ich mach ok ok was mach ich dann jetzt damit noch mehr oh ne so viel hab ich dann nicht mehr 10.000 hab ich nicht mehr ja gut ähm ja die hab ich jetzt nicht mehr aber das kann ich beim nächsten mal machen aber jetzt wissen wir auch wo es ist so alles klar hallo ah ich muss noch grad sagen dann geht doch da wieder raus so ja ich würd mal sagen das war's dann für heute und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder ich würd mich über ein Like freuen über ein Abo und ja könnt natürlich auch gerne meine verlinkten Videos die ich euch in der Infobox verlinke äh anschauen dann äh oh doch halleluja ist der jetzt wehgetan ähm ja dann könnt ihr euch weiter ihre Videos von mir anschauen und ja vor allen Dingen die erste Folge und so hier kommt man ja ach jetzt kann man dafür freischalten wieder ne ja egal ähm so könntest du jetzt mal laufen das ist doch unfair sehr schwer ne ja eigentlich nein das wollte ich doch jetzt gar nicht hat er jetzt noch mehr freigeschaltet ja das sind meine Mini-Spiele will ich aber nicht und deswegen das machen wir mal in einer hallo ah jetzt äh in einer anderen Folge und nicht jetzt sondern bis dann mal irgendwann denkt an die Videos die ich euch in der Infobox verlinke habt da könnt ihr euch mal die erste Folge anschauen die ein bisschen daneben geht aber sehr sehenswert trotzdem ist finde ich also bis zum nächsten Mal ciao 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 ciao